heute ist ein Mist geschaffen passiert ich musste Roblox updaten ihr habt es richtig gehört ich musste Roblox jetzt updaten Update ist dreißig die Skins sind zwar noch normal aber nicht mehr lange ich sag's euch wir werden nächste Woche ganz anders aussehen deswegen ich werde versuchen ja ich werde auf jeden Fall versuchen hier ist schon der erste denn hier der 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 es ist echt nicht schön für mich es war so schön ich war erst bei gerade ich kann kurz was will ich gar nicht anmachen oh Gott oh Gott komm 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 Eine kleine Spende für das Weischenspring und der Esel. Ich brauche jetzt noch da hin. Sorry, wenn ich jetzt nicht zur Kamera gucke. Ich schaue gerade aufs Game. Ach Gott, ich hässle. Ich kann es nicht. Ich pack sie. Ich kann es nicht. Ich pack sie. Okay. Jetzt hat es mir angezeigt, wie ich abonnieren soll. Damit ihr bescheuert weißt. Ich kann gerne... Ich habe ein TikTok-Video schon gemacht. Ich kann es vielleicht auch noch auf YouTube hochladen. Wer weiß, der wird mich dann vielleicht auch gelockt. Ich werde das. Wer weiß. Ciao, ich kann nicht mehr.